jo leute willkommen bei masker c trexas max speedrun 3s und 4s wenn ihr das nicht verpassen wollt bleibt dran bis gleich jo leute wir fangen an mit 3s 5200 milliampere 80c und danach haben wir den 4s rein 6000 milliampere 70c also feuer frei ja leute willkommen im viertel trexas max speedrun 3s also ich ziehe gerade voll durch einmal werden wir noch probieren so da schauen wir doch mal was der logger anzeigt so leute 3s trexas max 59,7 kmh so wir werden jetzt im 4s reinhauen und da schauen wir mal was er damit so macht jo leute trexas max 4s locker steht auf 0 feuer frei der war so schnell der wäre ja fast aus dem bild raus gewesen so leute dann schauen wir mal was er gepackt hat so leute was zeigt der logger an 80,7 kmh leute und das auf 4s stock wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da abonniert den kanal bis zum nächsten mal ciao ciao